Mit intensiver Unterstützung des Landes Steiermark, der Stadt Knittelfeld und der Arbeiterkammer Steiermark errichten die ÖBB bis 2018 eine neue Lehrwerkstätte in der Eisenbahner Stadt Knittelfeld und setzen damit weitere Impulse für die Ausbildung von Jugendlichen. Was bedeutet der Neubau der Lehrwerkstätte für die Zukunft Knittelfelds und die Region? Es bedeutet Großartiges, es bedeutet Zukunft, Zukunftschance in der Ausbildung für junge Menschen in der Region und unser Landeshauptmann hat immer davon gesprochen, in der Region bedarf es Leichtturmprojekte. Dies ist ein solches Leichtturmprojekt und es sind heute schon Worte gefallen wie Feiertag, Festtag. Ich würde sagen, es geht als Gedenktag in die Historie, damit Geschichte der Stadt Knittelfeld, der Eisenbahner Stadt Knittelfeld ein und wir bringen der ÖBB und dem ÖBB-Konzern unsere große Freude und Dankbarkeit für dieses Projekt zum Ausdruck. Auf über 6000 Quadratmetern Grundfläche und rund 9 Millionen Euro geschätzten Baukosten wird mit dem Neubau der Lehrwerkstätte 2017 begonnen. Es gibt nichts Wichtigeres als diese Lehrwerkstätte hier in Knittelfeld, der ÖBB, weil ja viele Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die hier hervorragende Ausbildung erleben, ja von den erfolgreichen Industrieunternehmern in der Obersteamark West auch entsprechend nachgefragt werden. Viele bleiben ja nicht bei der ÖBB, sondern können auch nicht bleiben, aber sie sind alle unglaublich nachgefragt bei den obersteirischen Unternehmen und ich freue mich unglaublich heute für die jungen Menschen, die da in einem ganz anderen Ambiente ihre Lehrzeit absolvieren werden. Auch die Lehrlinge wurden zur Präsentation des Projekts eingeladen. Doch was macht die Lehre bei der ÖBB so attraktiv für Jugendliche? Für uns ist es ganz entscheidend, den jungen Menschen eine Chance zu geben und wir tun das ja nicht nur, weil wir in die Region investieren wollen, sondern wir tun das ja, weil die Bahn technisch qualifizierte Fachkräfte in Zukunft braucht. Wir werden hier in den nächsten Jahren hunderten, fast tausenden jungen Leuten neue Jobperspektiven, Berufsperspektiven geben und das ist deshalb so wichtig, weil damit tun wir ja nicht nur was für die Bahn, sondern unser Ziel ist es, unsere Kunden bestmöglich zu befriedigen und das bedeutet, dass wir unser Service auf technisch höchstwertigem Niveau anbieten müssen. Somit ist Knittelfeld führend in der Ausbildung technischer Berufe.